Aber dass dem nicht so ist, das beweisen meine nächsten Gäste und bei denen wird Familie ganz groß geschrieben und das macht sie so sympathisch. Die Kelly-Familie! To the sky, to the mountain, to the river, to the valley, to my hometown, to my country, to the place where I was born. To my mother, to my father, to my sisters, and my brothers, to my friends, and myself, and to those I love so well. To the world and everything, in the crisis, in the prayers, for the children of tomorrow, for the wars that will never end. Santa Maria, we're gonna stand on. Santa Maria, we're gonna stand on. To the mountains, to the rivers, to the valleys, to my hometown, to my country, to the place where I was born. To the heroes, that we need today, to the long way, with the ones we drive. To the mothers, the source of life, to this world, there's so much faith. Santa Maria, we're gonna stand on. 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 Oh, Wahnsinn, welches Kind. Oh, ich freue mich, dass ihr da seid. Ist ja einwandig. Herzlich willkommen in Wien, liebe Kelli-Familie. Ich kenne euch ganz genau. Ich habe euch studiert. Also ich glaube, ihr mögt Talkshows genauso wenig wie ich. Immer diese komischen Fragen, woher der Riesenerfolg. Ich möchte mich auch ganz kurz fassen. Ich möchte euch nur einen Brief überreichen. Ein Beschwerdebrief, oder? Nein, um Gottes Willen, einen Fanbrief. Davon kriegen wir eine ganze Menge. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt passt es einmal auf. Das ist nicht irgendein Fanbrief. Das ist der längste Fanbrief der Welt. Ich glaube, er kommt doch ins Guinness Buch der Rekorde. Was sagt ihr dazu? Ja, Wahnsinn. Ich glaube, der passt nicht einmal auf euer Schiff in Köln. Da müssen wir ein größeres kaufen. Ja, mindestens. Meine Damen und Herren, ist das ein einwandiger Brief? Also das Porto möchte ich dafür nicht bezahlen. Der wiegt nämlich schon 8 Kilo. Und hat die erstaunliche Näge von 90 Metern, meine Damen und Herren. Liebe Kellys, euer Publikum, euer Brief, euer Alexander. Tschüss. Danke.